Herzlich willkommen zum Slupcast von der Idee zur Facharbeit, wissenschaftliche Arbeitstechniken für Schüler. Dies ist eine Aufzeichnung der Präsentation aus dem Kurs von der Idee zur Facharbeit. Wir schauen uns heute an, was wissenschaftliches Arbeiten ganz konkret bedeutet, worauf kommt es beim wissenschaftlichen Arbeiten an und woraus besteht eure Facharbeit. Schauen wir uns einmal den Kreislauf des wissenschaftlichen Arbeitens genauer an. Dieser verläuft immer gleich. Er besteht aus fünf Hauptkomponenten, die ich euch im Folgenden vorstellen werde. Einzig und allein das Niveau eurer wissenschaftlichen Arbeit sollte sich natürlich im Laufe eurer Erfahrungen ändern und besser werden. Der erste Punkt ist die Themenfindung. Ihr müsst euch genau überlegen, was ihr herausfinden wollt und zu welchem Thema ihr die Arbeit verfassen möchtet. Man kann statt Thema auch den Begriff Problem wählen. Zur Themenfindung gehört das erste Einlesen, die Erstrecherche, die Suche nach Fachbegriffen, die Auseinandersetzung mit dem Vokabular, was zu eurem Thema dazugehört. Das könnt ihr gerne auch im Internet machen, um dort neue Begrifflichkeiten für weitere Suchen zu finden. Ihr könnt aber auch mit Lexika und Fachbüchern arbeiten, um euch erste Einblicke in die Suchwörter und in alle Begriffe zum Thema zu verschaffen. Man fängt also an, erste Dinge sich anzulesen und kann sich im Groben dann auch schon mal überlegen, was man genau untersuchen möchte und wie man in der weiteren Arbeit vorgeht und diese untergliedert. Der nächste wichtige Punkt ist die Informationsbeschaffung. Die kann im Internet stattfinden. Auch da werdet ihr im Laufe unseres Kurses zahlreiche Tipps, vor allen Dingen zur Qualitätsbewertung von uns erhalten. Ganz wichtige Quellen sind allerdings in Bibliotheken zu finden, in unseren Datenbanken, in unseren Zeitschriften, in unseren Büchern. Auch das werdet ihr im Laufe des Kurses euch hier selber erarbeiten können. Und ihr könnt natürlich eure eigenen Informationen beschaffen und herstellen, indem ihr zum Beispiel Versuche macht, Beobachtungen oder auch Befragungen anstellt, deren Ergebnisse dann in eure Facharbeit einfließen. Der dritte Punkt ist die Informationsverarbeitung. Das heißt, ich muss alle Literatur, die ich zu meinem Thema gefunden habe, sichten und filtern, indem ich Quellen anlese, bewerte und dann die für mich wichtigen Dinge auswähle und in meine eigene Textproduktion einfließen lasse. Dazu gehört auch das Exzerpieren. Das bedeutet, dass ich Dinge, die ich mir angelesen habe, in eigenen Worten selbstständig zusammenfasse und wiedergebe. Das ist beim Zitieren, zu dem wir später kommen, auch nochmal sehr wichtig. Der nächste Punkt mit diesem angelesenen Wissen und euren eigenen Ergebnissen könnt ihr dann in die eigentliche Textproduktion, also in das Schreiben einsteigen. Dieses Schreiben sollte nach inhaltlichen und formalen Regeln erfolgen. Viele Schulen haben einen Leitfaden dazu erstellt. Gerade auch was das Zitieren angeht, solltet ihr euch daran halten, was eure Schule vorgibt. Es ist nämlich sehr wichtig, dass eure eigenen Gedanken von den Gedanken klar getrennt sind, die ihr euch in Fachliteratur angelesen habt. Ihr wisst alle, dass es viele prominente Plagiatsfälle gibt, wo nicht korrekt zitiert und fremdes Gedankengut korrekt gekennzeichnet wurde. Das gilt es zu vermeiden. Denn auch ihr gebt eine eidesstattliche Erklärung ab, dass ihr fair und korrekt eure Facharbeit erstellt habt. Beachtet also bitte die Leitfäden eurer Schule und schaut euch gerne auch den dritten Bereich zum Zitieren in unserem E-Tutorial nochmal genauer an. Formal gilt es hier beim korrekten Schreiben eine sinnvolle Gliederung und ein ordentliches Literaturverzeichnis und saubere Quellenbelege anzulegen. Der letzte Punkt beim wissenschaftlichen Arbeiten ist die Veröffentlichung. Die kann zum Beispiel bei einer Dissertation in einem Verlag erfolgen. Man kann auch Dinge im Internet bereitstellen für andere und auch Bibliotheken dienen oft als Publikationsort für wissenschaftliche Erkenntnisse. Ihr selber veröffentlicht die Ergebnisse eurer Facharbeit vor dem Lehrerkollegium, wenn ihr eure Facharbeit verteidigt. Jetzt schauen wir uns die Arbeitsschritte zur Facharbeit nochmal etwas genauer an. Was gehört dazu? Den Problembereich, das Thema genau erfassen, dabei auch an die Abgrenzungen denken. Meist habt ihr nur 15 Seiten, um euer Thema zu analysieren. Das heißt, ihr müsst sagen, worauf ihr euch in der Facharbeit hauptsächlich konzentriert. Also erst, was gehört alles zu meinem Thema und dann im nächsten Schritt, ich beschränke mich auf die Analyse von verschiedenen Unteraspekten. Als nächstes geht es dann darum, eine Recherchestrategie festzulegen, Suchbegriffe zu finden, an Synonyme zu denken und die Literatur in der Bibliothek oder im Internet zu besorgen. Wie das in der Bibliothek funktioniert, haben wir in der e-Lecture die SLUB im Überblick für Schüler erklärt. Der nächste Bereich ist dann die Forschungsfrage. Die kann man auch These nennen, zu formulieren und genau aufzuschreiben, was ihr herausfinden möchtet. Diese Frage muss man als roten Faden in jedes Kapitel der Arbeit übertragen. Da muss man immer daran denken, dass man nicht an dieser Forschungsfrage vorbeischreibt. Und dann noch der letzte Punkt, das korrekte Schreiben der Facharbeit. Also denkt ans Zitieren, genau die Quellen zu belegen, Plagiate zu vermeiden, die Dinge sinnvoll zu gliedern und ein sauberes Literaturverzeichnis zu erstellen. Kommen wir nun zur Themenfindung. Ganz wichtig ist, ihr solltet euch für euer Thema interessieren, denn es wird euch lange Zeit begleiten. Es ist günstig, wenn ihr Vorwissen zu einem bestimmten Thema findet. Das ist oftmals eine Zeitfrage, denn niemand schafft es innerhalb weniger Wochen, sich in hochkomplexe Dinge einzuarbeiten. Da ist es also gut, wenn man auch Vorwissen aufbauen kann. Interesse sollte aber nicht zu weit gehen. Das heißt, das Thema sollte nicht zu persönlich gewählt werden, weil man sonst den neutralen Blick verliert. Wir haben ein Beispiel. Es gibt viele Schülerinnen, die selber von Magersucht betroffen sind und die über das Thema Magersucht schreiben wollen. Das ist nicht zu empfehlen, weil die Objektivität verloren gehen kann, weil man einfach zu emotional an dieses wissenschaftliche Thema herangeht und das Urteilsvermögen dabei auf der Strecke bleibt. Wichtig ist, immer die Anforderungen zu denken, die zeitlichen Vorgaben zu beachten und auch die mengenmäßigen Vorgaben, also wie viele Seiten muss ich schreiben. Finde ich genügend Literatur? Ist vielleicht zu viel da und die Auswahl fällt mir schwer? Oder finde ich zu wenig Literatur für mein Thema? Da immer der Tipp, rechtzeitig die Konsultationstermine mit dem jeweiligen Fachlehrer zu nutzen. Da kann man immer noch besprechen, ob man eventuell das Thema noch ein bisschen verändern muss, ob man Dinge ausweiten oder begrenzen möchte. Davon sollte man wirklich Gebrauch machen. Und noch ein letzter Tipp, rechtzeitig mit der Recherche beginnen, denn man muss auch Zeit einplanen. Teilweise ist es so, dass wichtige Fachbücher auch mal ausgeliehen sein können, man die vielleicht vormerken muss oder dass man auch Literatur aus einer anderen Bibliothek bestellt. Diese Wege zur Literatur muss man zeitlich einplanen. Als nächsten wichtigen Schritt müssen wir unser Thema eingrenzen. Wir haben hier mal ein kleines Brainstorming vorbereitet, in dem wir uns einem Thema beispielhaft nähern möchten. Und zwar sind wir von dem fiktiven Thema soziale Netzwerke ausgegangen. Dieses Thema interessiert uns, das möchten wir in der Facharbeit analysieren. Nun haben wir zuerst einmal alle Begrifflichkeiten aufgeschrieben, die uns zu diesem Thema einfallen. Man sieht hier, es gibt verschiedene Arten von sozialen Netzwerken, es gibt Vorteile, es gibt besondere Nutzergruppen. Diese übergeordneten Einheiten können uns helfen, das ganze Thema schon etwas vorzustrukturieren. In dem Falle haben wir uns hier einige interessante Begrifflichkeiten herausgesucht und mit einem Rahmen versehen. Das heißt, dieses Brainstorming zeigt alle Begriffe, die zum Thema soziale Netzwerke dazugehören. Aber wir möchten uns auf die eingekreisten Begrifflichkeiten konzentrieren. Das ist auch wichtig, dass man das in einer Arbeit schreibt, dass man alles erfasst, was zum jeweiligen Thema dazugehört und dann ganz klar formuliert, ich konzentriere mich auf die und die Teilaspekte. Also in unserem Beispiel, ich konzentriere mich auf die Urheberrechtsverletzungen, die Jugendliche auf dem Smartphone bei Facebook begehen. Wenn dann durch dieses Brainstorming das grundsätzliche Thema festgelegt ist, kann man anfangen, die zugehörigen Teilaspekte zu strukturieren. In dem Fall haben wir hier ein kleines Mindmap gebaut, wo man sieht, dass die Gliederung immer vom Allgemeinen zum Besonderen erfolgt. Dieses Mindmap kann auch schon als Grundlage zur Gliederung der Facharbeit dienen. Wir fangen also an, erstmal zu definieren, was sind soziale Netzwerke überhaupt, was verstehen wir unter dem Urheberrecht, denn Urheberrecht in Deutschland bedeutet etwas anderes als Urheberrecht in Amerika. Das heißt, man muss festlegen, worüber man genau schreibt, was das jeweilige Urheberrecht in welchem Land, in welcher Situation bedeutet, damit man mit dem Leser auf einen Stand kommt und der Leser auch versteht, auf welchen Grundlagen die Facharbeit aufbaut. Und diese Definition kann man dann mit den weiteren Begrifflichkeiten machen und dann steigt man immer weiter in die Tiefe des Themas ein. Ganz wichtig ist, dass man in den ersten Kapiteln um das Zitieren nicht herumkommt. Damit zeigt man dem Betreuer, dass man sich mit der Literatur auskennt und man geht auch immer von der Vorstellung aus, dass die Arbeit einen Laie ließ, den man erst mit in das Thema hineinnehmen muss. Und das geht nur, indem man Definitionen aus Grundlagenwerken der Literatur erklärt und sich so gegenseitig auf den gleichen Stand bringen kann. Der Eigenanteil, den man dann in der wissenschaftlichen Arbeit leistet, ist die Übertragung von Dingen, die man sich aus der Fachliteratur angelesen hat, auf die eigenen Erkenntnisse. Als nächstes kann man diese Gliederung, die wir im Mindmap erstellt haben, als Grundlage zur Erstellung eines Fragenkatalogs rund um die Facharbeit und ihr Thema verwenden. Das heißt, ich schreibe mir alle möglichen Ideen auf, alle möglichen Fragen auf, auf die ich bei meiner Themeneingrenzung doße. Zum Beispiel, welche rechtlichen Regelungen gibt es bei sozialen Netzwerken? Wie nutzen Jugendliche das Smartphone? Wozu nutzen sie es? Sollte Facebook Verstöße gegen das Urheberrecht deutlich kennzeichnen? Etc. Hier noch ein Tipp, geht mit diesem Fragenkatalog in die Konsultation zu eurem Betreuer. Ihr könnt besprechen, ob die Fragen zu weit führend sind, ob sie vielleicht weg von eurem eigentlichen Kernthema führen, ob Fragen gestrichen werden müssten oder auf welche Fragen man sich besonders konzentrieren kann. Schauen wir uns mal die Struktur einer Facharbeit an. Sie besteht im Wesentlichen aus den drei Teilen Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Die Einleitung hat die Funktion, den Leser mit in die Facharbeit hineinzunehmen. Sie sollte ungefähr je nach Länge der Facharbeit eine Seite umfassen. Wichtig ist, dass ihr auf die Relevanz des Themas eingeht, über eure Motivation schreibt, warum habt ihr das Thema gewählt, was interessiert euch daran. Ihr habt hier auch Gelegenheit, auf die Quellenlage einzugehen, kurz zu schreiben, ob die Quellenlage gut oder schlecht war. Wichtig ist auch, dass ihr hier auf methodische Fehler hinweist, die eure Arbeit eventuell haben könnte. Denn nicht alle Methoden laufen so korrekt ab. Zum Beispiel erreichen Befragungen oftmals nicht die ausreichende Repräsentativität, weil der Rücklauf zu gering ist. Die Arbeit muss trotzdem nicht scheitern. Ihr müsst nur dem Leser vermitteln, was schiefgelaufen ist und dass ihr euch dessen auch bewusst seid. Außerdem ist es wichtig, dass man den Leser in der Einleitung in den Aufbau der Arbeit mit hinein nimmt. Das heißt, ihr geht darauf ein, was im ersten Kapitel bearbeitet wird, was ihr im zweiten Kapitel bearbeitet und zu welcher Lösung ihr letztendlich kommt. Dann kommt der große Part des Hauptteiles. Hier gehen wir wieder vom Allgemeinen zum Speziellen vor. Hier werdet ihr sehr, sehr viel definieren müssen. Hier ist es wirklich wichtig, dass ihr ganz klar abgrenzt, dass der Leser versteht, was habt ihr euch angelesen, was ist eure eigene Meinung, was ist die Übertragung aus der Theorie auf euer praktisches Problem. Und dabei lautet die Devise Zitieren, Zitieren, Zitieren und das korrekt und eindeutig. Im Hauptteil habt ihr auch die Möglichkeit, eure Methode genauer zu erklären. Also zum Beispiel bei einem empirischen Teil beschreibt hier euer Experiment, eure Befragung, wie ist das alles abgelaufen und verknüpft das dann im Anschluss an den theoretischen Teil mit der Literaturstudie. Und dann kann man das Problem diskutieren und kann dann die Ergebnisse präsentieren. Wichtig ist, dass ihr im Hauptteil noch einmal ganz zentral die Fragestellung eurer Arbeit vorstellt, dem Leser erklärt, was alles zu diesem Thema dazugehört und dann ganz klar beschreibt, auf welche Unteraspekte des Themas ihr euch konzentrieren möchtet. So merkt der Leser, dass ihr euch mit dem Thema auskennt, dass ihr aber bewusst eine Konzentration vornehmt, um diese Unteraspekte tiefergehend analysieren zu können. Der Schlussteil ist der wichtigste Teil der Arbeit überhaupt. Hier wird noch einmal ganz klar eure wissenschaftliche Frage beantwortet, analysiert. Ihr könnt hier an dieser Stelle zusammenfassende Ausblicke geben, ihr könnt Empfehlungen machen. Vom Grundprinzip her enthält dieser Schlussteil die Quintessenz eurer wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Man muss sich vorstellen, dass ich den Schlussteil lesen und verstehen möchte, ohne dass ich den Rest der Arbeit lesen muss. Es lohnt sich, das schon einmal im Hinterkopf zu behalten. Wenn man später studiert und Bachelorarbeiten schreibt oder Hausarbeiten schreibt, muss man sehr viel Fachliteratur lesen, sichten, querlesen. Es ist empfehlenswert, da jeweils bei den Fachbüchern dann auch mit dem Schlussteil anzufangen. Denn dieser Schlussteil enthält die wichtigsten Ergebnisse und wenn ihr den zuerst querlest, könnt ihr auch entscheiden, ob der Rest des Fachbuches relevant ist und ob ihr euch den genauer für eure jeweilige Studienarbeit anschauen müsst. Ihr fasst in diesem Schlussteil noch einmal die Kernaspekte eurer Facharbeit zusammen, schreibt, was man mit den Ergebnissen anfangen kann und an welche Grenzen diese Facharbeit gestoßen ist. Auf dieser Folie haben wir eine Mustergliederung eingefügt. Wichtig ist, dass ihr das Grundprinzip erkennt, wird ein Kapitel untergliedert, dann gehören mindestens zwei Unterkapitel dazu. Und ihr solltet nicht zu kleinteilig werden, denn gerade bei Arbeiten wie eurer Facharbeit, die eher einen geringeren Umfang haben, allerhöchstens bis zur dritten Untergliederungsstufe, also zum Beispiel bis Punkt 2.2.3, denn es ist wenig effektiv, wenn unter einem einzelnen Untergliederungspunkt nur zwei Sätze stehen. Auf dieser Folie seht ihr einmal ein Beispiel für ein Literaturverzeichnis. Wichtig ist dabei das Grundprinzip der Sortierung, nämlich alphabetisch nach dem Verfasser, beziehungsweise wenn der nicht vorhanden ist, nach einem Herausgeber oder auch alphabetisch nach dem Titel. Die Angaben, wie so ein Literaturverzeichnis genau auszusehen hat, sind teilweise in den Leitlinien eurer Schule festgesetzt. Weitere Tipps für das Zitieren findet ihr im Selbstlernmodul unseres e-Tutorials. Ein Tipp, alle diese Werke sind Bücher zum wissenschaftlichen Arbeiten, die wir ausleihbar in unserer Lehrbuchsammlung zur Verfügung stellen. Wie unser SLUB-Katalog genau funktioniert, könnt ihr in dem e-Tutorial die SLUB im Überblick für Schüler anschauen. Bevor ihr die Aufgaben bearbeitet, aber noch ein Tipp zur Unterscheidung von Bibliothekskatalogen und Fachdatenbanken. Wichtig ist dabei, dass ihr in Bibliothekskatalogen hauptsächlich Dinge findet, die die jeweilige Bibliothek besitzt und zwar meistens auf Titelebene. Das heißt, wir würden im SLUB-Katalog das Buch Gesunde Ernährung finden, aber generell nicht unbedingt das darin enthaltene Kapitel Kohlenhydrate. Dass das Buch Gesunde Ernährung einen Aufsatz über Kohlenhydrate enthält, finde ich nur heraus, wenn im Katalog zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis hinterlegt ist oder wenn zufällig auch elektronische Kapitel aus dem Buch direkt im SLUB-Katalog aufgenommen worden sind. Das ist aber nicht die Regel. Dasselbe bei der Recherche nach der Zeitschrift Kommunikation und Technik. Die wird im SLUB-Katalog unter dem Titel angezeigt. Ich sehe dann aber nicht unbedingt, dass diese Zeitschrift in irgendeinem ihrer Hefte einen Artikel zum Thema Aufstieg von Instagram oder Verschlüsselung von E-Mails enthält. Deswegen empfehlen wir als Ergänzung zur Suche im SLUB-Katalog immer die Suche in Fachdatenbanken. Dort erfolgt eine tiefe inhaltliche Aufbereitung. Fachdatenbanken eignen sich also zu einer tiefen inhaltlichen Recherche und es ist wichtig, dass Fachdatenbanken und Bibliothekskataloge ergänzend benutzt werden. Fachdatenbanken bieten auch noch den Vorteil, dass man gleichzeitig in mehreren Fachzeitschriften nach dem jeweiligen Thema suchen kann und dann im Idealfall PDFs, also die Artikel in elektronischer Form erhält. Zu unseren Datenbanken kommt ihr über den SLUB-Katalog. Sofern ihr den Namen der Datenbank kennt, könnt ihr die Datenbank in unseren Suchschlitz eingeben. Wir haben aber hier auch noch mal den Weg über unsere Webseite, über unser Datenbank-Informationssystem eingestellt. Ihr findet unser Datenbankangebot über den Datenreiter Recherche. Dort ist der Einstieg in DEBIS zu finden. Wir haben den Einstieg zu den jeweiligen Fachdatenbanken auch noch mal auf jedem Arbeitsblatt hinterlegt und erklärt, so dass ihr diese Beschreibung zur Durchführung eurer Aufgaben nutzen könnt. Den kompletten OPAL-Kurs von der Idee zur Facharbeit mit den zugehörigen Aufgaben findet ihr hier.